Prozent 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 Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Mines Seed und es geht auch schon los Zack BUM Einfach straight in die Koschen rein Uhhh ich hab'n scheiß verfickten Uhren Fickfack ich gar nicht so muss ich jetzt ehrlich geschehen Ich schon Oh aber ich hab' immer noch kein Schwert und das könnte mir zum Huren Fickfack nicht helfen Zum Fickfack 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 Fick Ich hab'n über den Scheiß drauf Alter NEIN Ich hatte einen mit bestem Equip und den hab' ich auch ok nicht bestes Equip aber er hat ziemlich gut equipt und den hab' ich auf zweieinhalb Herzen mein ich will nicht andauernd singen Auf Dauer ist es unlustig Ja Nächste Folge camp ich wieder Und jetzt wieder was ganzes neues Erzähl uns mal von welchen Darsteller du heute was singst Ich wär' gern würde gern als ich weiß es natürlich nicht aber meine Lieblingsband wäre jetzt High Five Ach was Ja Ja Echt Ja Ja Nein Nein Ja schon Ja will ich jetzt sagen Bis gleich Jo Bist du auch tot? Ja Wie wir beide mal schlecht sind aber ich ein klein wenig schlechter bin als du Ja Nein weil wenn du ausrastest muss ich immer so lachen und dann kann ich mich nicht äh Ja Ach zweieinhalb Herzen hat der Typ und hätte ich den gekriegt hätte ich bestes Equip ja 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 Sinds ein kleines Lieblings von meiner Lieblingsband die Fiefe Es machte halt das an Text leider nun mal dafür nicht ihre Gesichter sind oder Ja Ja wir sehen uns gleich wieder Leute Jo Leute Es geht los Es waren vier lange Jahre Es war mein langer Marsch Manches war echt cool und manches für den Arsch Ahem Ich mein propos Ahem Fast mein halbes Leben hab ich hier verbracht Jetzt weiß ich Achso ich weiß jetzt wie man rechnet und wie ihr Kinder macht Ah Meine alte Schuhe Machs Gut Du altes Haus Wie ich Oh Wie aus meinen Schuhen wuchs Ich aus dir heraus Was ist das für Wie aus meinen Schuhen wuchs ich aus dir heraus Ah egal Ich will jetzt über eine Grenze gehen Irgendwann muss ich auch mal was Neues sehen Ich will über eine Grenze gehen Du kannst nicht mit Goodbye auf Wiedersehen Es flogen manchmal Mäppchen und manchmal war es schwer Die Freude die ich fand gebe ich nie wieder her Manches was ich lernte war cool und manches doof Der beste Platz auf dieser Welt war unser Pausenhof Meine alte Schule es tut mir wirklich leid Alles geht einmal vorbei doch irgendwie war es ne geile Zeit Ich will jetzt über eine Grenze gehen Irgendwann muss ich auch mal was Neues sehen Ich will jetzt über eine Grenze gehen Du kannst nicht mit Goodbye auf Wiedersehen Ich will jetzt keine Küsse mehr wenn andere dabei sind Ich gebe nicht mehr an der Hand Ich bin doch nicht mehr ein Kleinkind Der schöne bunte Ranzen den ich so lange trug Den kann man mal entzeugen der ist nicht cool genug Was ist jetzt mit dieser Folge oder nicht? Ja auf Wiedersehen Leute Ich hoffe es hat euch gefallen Gilt 1000 Likes dann nächste Folge